Larkost, das ist die, jetzt muss ich nachlesen, Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen und ihr macht genau das, wie es heißt. Also hier sind die Schalt- und Schnittstelle für alle in MV, die sich mit Suchtthemen beschäftigen. Also alles mögliche Spielsucht, was gibt es, Drogensucht, Alkoholsucht und natürlich auch die Mediensucht und darüber sprechen wir unter anderem auch jetzt. Herzlich willkommen hier, Christian Krieg. Ich bin selber mit Medien groß geworden. Ich kann mich noch genau erinnern, wie das war, als mein Vater das erste Mal ein Super-Ninternum mitgebracht hat. Das war das Highlight des Tages. Also er hat gespielt und wir haben zugeguckt, aber das hat gereicht. So, zumindest für mich in dem Alter. Mittlerweile würde das jetzt auch nicht mehr funktionieren. Und jetzt habe ich selber ein Kind und merke natürlich irgendwie, ja schon cool, wenn du mit dem mal eine Runde irgendwie zocken könntest oder so. Nur ist er noch nicht mal knapp drei, von daher haben wir das noch mal ein bisschen später verschoben. Aber eine Frage, die immer und ganz häufig auch von Eltern gestellt wird, ist ja die Frage nach der angemessenen Nutzungszeit. Und da komme ich auch gleich noch mal drauf. Aber ich habe Ihnen ja eben gesagt, ich bin jemand, der selber gerne gespielt hat, selber jemand, der mit Medien viel zu tun hat, auch schon seit frühester Kindheit. Und deswegen habe ich Ihnen so ein kleines Quiz mal mitgebracht. Und zwar will ich da mal ein bisschen rauskitzeln sozusagen, wie gut kennen Sie sich eigentlich mit aktuellen Trends aus, was den Medienbereich anbelangt. Und mich würde total interessieren, kennen Sie das Logo von diesem Streaming-Anbieter? Ist Ihnen das irgendwann irgendwo schon mal begegnet? Genau, es ist eine Live-Streaming-Plattform. Die Betonung liegt dabei auf live. Ja, die Experten möchten jetzt behaupten, bei YouTube geht das mittlerweile auch. Ja, ich weiß. Aber man kann dort vor allem jetzt so wie jetzt hier sozusagen, ich nehme mich selber auf und streame mich dann live online. Und ich schalte jetzt ein, so wie bei Wetten, dass früher oder die gibt's ja mittlerweile auch wieder. Von daher, naja, gut. Ich kann also quasi jetzt mir zuschauen oder sie mir und auch mit mir interagieren. Und das ist das Neue und das Coole sozusagen. Ich bin nicht mehr darauf angewiesen, sozusagen nur in Kommentarspalten irgendwie zu antworten oder versuchen, über irgendwelche anderen Wege zu gehen, sondern ich kann direkt den Kontakt zu ihnen suchen. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Sowohl für mich als Streamer, als auch für Sie als Publikum, als Community. Weil Sie haben den Austausch mit mir. Und so kann ich auch versuchen, Sie an mich zu binden. Und da entsteht etwas, was man im weitesten Sinne eine parasoziale Beziehung nennen könnte. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört, irgendwie diesen Begriff. Natürlich ist das jetzt nicht zu vergleichen mit einer richtigen Freundschaft, wo wir beide uns treffen oder uns dann regelmäßig zum Skat verabreden und so weiter und so fort. Aber es entsteht trotzdem eine Beziehung zu dieser Person dort online. Und wenn die Person dann sagt, ey, lass uns doch mal irgendwie schauen, was wir Schönes kaufen können oder was es für tolle Produkte gibt, dann nehme ich der Person das auch durchaus ab. Weil das ist doch jemand, der mir vielleicht ein bisschen nahe steht. Und das können Gaming-Inhalte sein, die dort zu vertreten sind. Aber es können auch Themen sein wie, was weiß ich, das neueste Schmink-Tutorial oder einfach nur Leute, die ein bisschen mit Ihnen quatschen wollen. Also sehr, sehr divers, was da an Themen abgehandelt wird. Und noch dazu kommt, dass es perfekt geeignet für Kinder und Jugendliche ist. Weil die Themen, die Sie interessieren, dort zu finden sind. Ich interessiere mich für Games, na klar, finde ich was. Ich interessiere mich für das eben schon benannte Schmink-Tutorial, auch das finde ich da. Was ich dort allerdings nicht habe, ist Kinder- und Jugendschutz. Weil ich kann mich da anmelden, ja, aber das brauche ich nicht mal unbedingt, um da die Inhalte zu konsumieren, sondern ich kann da auch einfach so raufgehen. Und wenn ich mir dann was zum Thema Glücksspiel anschauen möchte, wie jemand da online Roulette spielt oder online an Automaten rumdaddelt, dann ist das mir überlassen. Dann bekommen Sie eine Abfrage. Entschuldigung. Entschuldigung, Twitch. Ich bekomme eine Abfrage. Da steht nämlich drin, so in etwa, der Streamer hat angegeben, dass der nachfolgende Inhalt für Erwachsene gedacht ist. Dann haben Sie zwei Optionen als Jugendlicher. Ich denke jetzt gerade an mein 15-jähriges Ich. Und da unten steht, anschauen oder zurück zur Startseite. Schwierig. Schwierig, wie ich mich da entscheiden würde. Ich weiß es nicht so ganz genau. Vielleicht können Sie das besser beantworten. Also der Jugendschutz, der da betrieben wird aktuell, ist quasi nicht vorhanden. Aber eine Plattform, die wahnsinnig beliebt ist bei den Kindern und Jugendlichen. Kennen Sie diesen jungen Mann? Ja, das ist Montana Black. Bürgerlichen Namen Marcel Ehres. Einer der bekanntesten und reichweitenstärksten Streamer in Deutschland. Wenn der aufruft, sozusagen zu bestimmten Themen irgendwas zu machen, was zu posten, was zu schreiben oder auch Orte zu besuchen, dann machen Jugendliche das. Und nicht nur Jugendliche. Also wir reden hier auch von jungen Erwachsenen, die das auch gerne konsumieren. Ist Ihnen diese junge Frau bekannt? Wer von Ihnen vielleicht schon mal Deutschland sind Superstar, die letzte Staffel oder so? Keine Ahnung. Legen Sie mich nicht fest, da bin ich kein Experte für. Geschaut hat, der hat die mal gesehen. Ist auch ein Internetstar, sozusagen. Ist bei Instagram auch viel unterwegs. Natürlich macht sie dort auch verschiedenste Inhalte. Ich glaube, womit sie überzeugt, brauche ich Ihnen jetzt nicht lange erklären. Und die beiden sind auch nur Stellvertreter, wenn wir ehrlich sind. Wir könnten genauso gut jedes ihrer Kinder fragen und würden wahrscheinlich noch 50, 60 andere Leute finden, die hier vorne an der Wand sein müssten. Weil je nachdem, was meine Neigung ist, was mein Hobby ist, wo ich mich irgendwie wohl fühlt thematisch. Da finde ich auch die entsprechenden Menschen in sozialen Netzwerken. Und warum sage ich Ihnen das alles? Warum ist das wichtig? Naja, weil diese Menschen extrem Einfluss haben. Und mit extrem meine ich wirklich sehr, sehr groß. Im Sinne von, dass sie die Meinung bilden, dass sie Kaufentscheidungen mitprägen und dass natürlich, auch wenn wir uns das vielleicht wünschen, manchmal die Sachen, die dort von diesen Menschen genannt oder geäußert werden, wichtiger erachtet werden, als das, was wir als Eltern sagen. Weil machen wir uns nichts vor, je nachdem, wie alt unsere Kinder sind. Also mein Sohn, der findet mich immer noch den tollsten. Der sagt, Papa, ich habe dich richtig lieb. Aber der ist, wie gesagt, zwei. Wenn Ihr Kind jetzt vielleicht zwölf, dreizehn, vierzehn ist, hören Sie das vielleicht immer noch. Ich hoffe es. Ich drücke Ihnen sehr die Daumen und mir auch. Aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so häufig. Aber was bei Munde gerade Trend ist oder was bei jemand anderem, den ich online verfolge, gerade ein wichtiges Thema ist, das bekomme ich durchaus mit. Und damit kann ich mich auch mit meinen Freunden, ob nur online oder real, austauschen. Und dann so entsteht auch wieder eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft von Leuten, der ich mich zugehörig fühle. Weil das bieten diese Menschen natürlich auch an. Und das zieht mich natürlich in eine eigene Parallelwelt rein. Und wenn Sie, haben Sie bestimmt schon mal gemacht, mit Ihren Kindern darüber sprechen irgendwie, was ist denn da passiert und Sie lassen sich das erklären, dann hören Sie gefühlt nur Fachchinesisch. Weil Sie dann denken, du hast irgendwie Deutsch geredet gerade mit mir, aber verstanden habe ich nichts. So. Und das ist ganz, ganz spannend, weil es so eine eigenständige Welt für sich ist. Und vorhin hatte ich Ihnen diese Frage gestellt oder in den Raum geworfen, welche Nutzungsdauer pro Tag finden Sie angemessen? Eine Frage, die immer wieder von Eltern kommt und die natürlich auch in Bezug auf das Thema Sucht immer wieder genannt wird. Ja, es gibt so eine Vorgaben, so eine zeitlichen Vorgaben. Die kann ich Ihnen auch gerne nennen, aber ich will Ihnen direkt mitgeben, warum ich kein Riesenfreund davon bin. Weil ich das an vielen Stellen für nicht alltagstauglich handele. Wie meine ich das? Auch da wieder ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Mein Sohn ist, wie gesagt, zwei Jahre alt. Wenn ich jetzt anschaue, sozusagen, was sagen Kognitionswissenschaftler, Neurowissenschaftler zum Thema Mediennutzung, naja, dann sind wir so bei dem Alter von 0 bis 3 bei maximal so 5 Minuten. Das ist schon das absolut Höchste der Gefühle. Ich kann Ihnen aber sagen, wenn mein Sohn inhalieren soll und dabei ruhig sitzen soll und nicht diese Maske da durch den ganzen Raum pfeffert, dann nehme ich gerne in Kauf, dass der mal 10 Minuten Pepperwurz guckt. Weil dann funktioniert das mit dem Inhalieren. Und das funktioniert wunderbar. Und da merken wir schon irgendwie, es ist schwierig im Alltag dann diese Regeln, so eine zeitlichen Vorgaben einzuhalten. Und der Vollständigkeit halber sage ich Ihnen auch gerne für die anderen Alterssegmente, die Nutzungsdauer bei drei bis sechsjährigen sagt man dann so circa 20 Minuten bis, naja, 35 Minuten so in etwa. Bei den sechs bis zehnjährigen, naja, eine Dreiviertelstunde bis ein und eine Viertel, manche sagen anderthalb, so in dem Dreh. Und darüber hinaus gibt es eigentlich keine richtigen Vorgaben. Habe ich mal die Faustregel gehört, zehn Minuten mal Lebensalter. Wenn Sie jetzt was haben wollen, zum sich daran orientieren. Wichtiger finde ich es, aber darauf zu schauen, wie ist die Mediennutzung bei Ihnen in der Familie. Also zockt mein Sohn vielleicht vier Stunden Fortnite am Tag, aber ist dann auch noch beim Sport, beim Musikunterricht, ist in der Schule halbwegs vernünftig. Und wir als Familie machen auch noch was zusammen. Dann würde ich sagen, naja, meine Güte. Dann soll er das halt machen. Dann ist das sein Ding, sein Hobby. Ich muss das ja nicht alles großartig finden, aber ich merke, es gleicht sich irgendwie alles so ein bisschen aus. Und dieses Gleichgewicht halten ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da kann natürlich auch mal das in die eine oder andere Richtung kippen. Es kann auch mal ein Verhalten sein, wo ich vielleicht selber als Eltern dann denke, oh, jetzt wird es aber langsam kriminell. Der ist irgendwie die ganze Zeit nur noch bei Instagram, bei Fortnite oder was auch immer unterwegs. Aber dann muss ich halt schauen, gibt es da auch wieder die Bewegung in die andere Richtung. Wie werden Kinder mit Medien groß? An erster Stelle, und das muss man ganz ehrlich zu sagen, stehen wir, stehen sie. Als Familien. Sie prägen die Mediennutzung ihrer Kinder mit. Das heißt, ob sie morgens eine Zeitung lesen, ob sie auf ihr Handy gucken beim Essen, welche Musik sie hören. Sie haben einen total entscheidenden Einfluss. Dann kommen natürlich Bezugspersonen hinzu. Die Lehrerinnen und Lehrer, die Erzieherinnen und Erzieher, Oma, Opa und so weiter und so fort, die natürlich anders Medien nutzen und die ihr Kind mitprägen. Und zu guter Letzt Freunde und Pirgu. Ganz klar. Ich habe lange im Hort gearbeitet und ich sage mal, das Thema Lego Ninjago oder Pokémon-Karten ist nicht von mir gekommen. Das haben die Kinder von sich aus mitgebracht. Und dann bestärken die sich natürlich gegenseitig und wollen sich da auch selber irgendwie ein bisschen verwirklichen. Was macht jetzt den großen Reiz aus? Das habe ich mich tatsächlich ganz lange selber gefragt. Also warum hat sich dieses Thema Gaming irgendwie so in den Bann gezogen? Und da habe ich mir mal ein paar Sachen rausgesucht, die Forschende und so weiter und so fort zu diesem Thema rausgefunden haben. Und spannend ist ja, dass so ein Gerät ein ziemlicher Alleskönner ist. Wir haben in so einem kleinen Smartphone eine ganze Menge Sachen drin. Einen Controller. Also spielen kann ich damit. Ich kann meine ganzen Termine damit organisieren. Daten speichern, Musik hören, Uhr ablesen, mich morgens wecken lassen, Selfies machen. Ganz, ganz wichtig, natürlich. Und sowas wird bei Ihnen vielleicht auch Thema sein oder Thema werden. Spiele wie Fortnite, wie Valheim, wie FIFA. Alles wichtige Titel, die nicht nur Jungs interessieren. Ja, bei den Sachen überwiegend noch Jungs, aber auch da tut sich gerade eine ganze Menge. Aber warum hält es uns nun so lange an dem Bildschirm, wenn wir diese Sachen spielen? Naja, weil Interaktivität gefordert ist. Also mein eigenes Handeln ist jetzt hier ausschlaggebend. Ich kann das natürlich nur innerhalb der Spiellogik machen. Also Sie können sich jetzt nicht bei Fortnite hinsetzen und sagen, naja, das mit dem Schießen finde ich irgendwie blöd. Können wir das nicht ausdiskutieren in so einem kleinen Gesprächskreis oder so? Das wird nicht funktionieren. Das bietet das Spiel nicht her. Aber innerhalb dessen kann ich mich frei orientieren. Ob ich jetzt da langlaufe oder mich in dem Haus verstecke oder da aufs Dach kletter, das entscheide ich. Und dann merke ich natürlich auch, okay, mein Handeln hat Konsequenzen und Folgen. Und im besten Fall gewinne ich sogar noch was und habe ein gutes Gefühl. Und das macht mich stark. Das zeigt mir, okay, ich bin selbstwirksam. Und es gibt mir quasi jedes Mal so einen kleinen Schulterklopfer. Noch dazu sind Spiele heutzutage, ja, anhand von psychologischen Prinzipien designt, könnte man sagen. Das heißt, ein Spiel wie zum Beispiel das eben gesehene FIFA oder Fortnite möchte sie immer hier in diesem mittleren Korridor halten, in diesem Flow-Bereich. Da fließt alles so vor sich hin. Ich bleibe im Spiel und irgendwie bin ich immer gut dabei. Manchmal bin ich vielleicht mal so ein bisschen frustriert, weil die Aufgabe zu schwierig ist. Und manchmal bin ich vielleicht auch ein bisschen gelangweilt, weil es dann doch ein bisschen öde gerade ist. Aber irgendwie packt es mich doch. Und das müssen diese Spiele auch machen, die ich eben aufgezählt habe. Weil das sind Spiele, die nichts kosten. Und viele Spiele heutzutage kosten nichts. Die kann ich mir einfach runterladen. Laden sie es heute Nachmittag runter, spielen sie es. Sie können auch zum Beispiel jetzt im Thema Fortnite nichts kaufen, was sie besser machen könnte. Sie kann dann sich eine neue Pistole kaufen, ja. Sie sieht dann vielleicht ganz lustig aus. Aber dadurch können sie nicht besser schießen. Und sie können auch nicht mit ihrem Captain-America-Kostüm höher springen. Was ich mir also erkaufe, sind nur Statussymbole sozusagen. Aber wenn ich als Unternehmen sozusagen nicht das Produkt selber verkaufe, also ihnen diese CD sozusagen im Einzelhandel, den Aushändige oder den Download mir bezahlen lasse, muss ich sie irgendwie anders dazu bekommen, dass sie mir ihr Geld geben. Und das kann ich machen mit so Mikrotransaktionen. Das bedeutet aber auch, ich muss dafür sorgen, dass sie bei mir bleiben. Und aus meiner Suchtperspektive sozusagen, gehen da schon so ein bisschen die Alarmsirenen an, wo ich denke, das könnte vielleicht schwierig sein. Ich sage nicht, dass jeder, der das spielt, abhängig ist. Aber natürlich sind da Mechanismen eingebaut, die uns immer wieder am Ball halten sollen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht spielen sie das eine oder andere kleine Handyspiel und haben sich schon mal ertappt, dass sie vielleicht mal eine Woche lang nicht online waren, weil sie gerade im Urlaub waren und eine stressige Woche auf Arbeit hatten und so weiter und so fort. Und jetzt loggen sie sich wieder ein und dann sagt ihr Handy oder ihr Spiel, ey, schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich so vermisst, hier bekommst fünf Bonus-Edelsteine, einfach weil wir dich schon so lange nicht mehr gesehen haben. Und sie denken sich, oh, das ist ja nett. Da haben sie wirklich an mich gedacht. Und dann gehen sie weiter und dann bekommen sie so eine Tagesaufgabe. Nur fünfmal gewinnen irgendwie heute und schon bekommen sie noch mal drei Bonus-Edelsteine. Und dann denken sie sich, drei Bonus-Edelsteine, das ist nicht schlecht. Sonst muss ich drei Euro dafür ausgeben. Jetzt kriege ich die umsonst. Natürlich spiele ich diese drei kleinen Spielchen. Warum denn auch nicht? Und schon sind sie wieder mitten dabei. Und das sind natürlich auch Faktoren, die uns im Spiel halten. Gemeinsam gegeneinander spielen. Ganz, ganz wichtig. Die Präsentation der Spielwelt nicht zuletzt. Tolles Spiel. Aber die Geschichte passt auf eine Briefmarke. Rennen sie von hier nach da und retten sie die Prinzessin. Sieht bei solchen Spielen schon ein bisschen anders aus. Da kann ich in dieses Auto einsteigen und diese ganze Stadt erkunden. Da kann ich mich richtig rein vertiefen in diese Spiele. Ich bin in einer eigenen Welt. Ich bin raus aus dieser Realität hier. Und das kann natürlich auch manchmal ganz, ganz schön und spannend sein. Was finden Kinder jetzt dort? Sie finden Gefühl der Kompetenz. Anerkennung? Vielleicht nicht unbedingt von ihnen. Aber wenn sie an die Peergroup denken, an die Freunde, von denen vielleicht schon. Und natürlich nicht zuletzt auch Unterhaltung. Ganz klar. Und wie ist es jetzt mit der Abhängigkeit? Wir sehen tatsächlich, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat. Und das ist jetzt nur die tägliche durchschnittliche Nutzungsdauer. Da sehen Sie vor Corona, September 2019, 90 Minuten für digitale Spiele. Mittlerweile sind wir bei 115 Minuten angekommen. Das ist eine Studie der DRK Gesundheit und des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kinder- und Jugendalters. Das ist eine repräsentative Umfrage oder Studie. Bei Social Media sieht es ähnlich, wenn nicht sogar noch schlimmer in Anführungszeichen aus. Wir sind mal bei 123 Minuten gestartet, sind jetzt bei 164 Minuten. Was bedeutet das jetzt letzten Endes? Wie ist das jetzt mit der Nutzungsform? Naja, wir können sagen, das ist die gute Nachricht. Die meisten Kinder und Jugendliche nutzen digitale Medien, Spiele jetzt in diesem Beispiel unauffällig. Das heißt, um die müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Aber Sie sehen auch hier hinten die pathologischen Nutzer. Also diejenigen, die wirklich krankhaft nutzen. Die ihren Alltag nicht mehr strukturiert bekommen. Die Schule hinschmeißen. Die vielleicht, ja keine Ahnung, mit Freunden nichts mehr zu tun haben wollen oder nicht mehr die Zeit dafür haben. Die sie anlügen etc. pp. Die hat leider auch stark zugenommen. Von 2,7% auf 6,3% jetzt in 2022. Das sind Zahlen, die geben mir zu denken. Und ich bin gespannt, wie die nächste Erhebung aussieht. Ob das bleibt, wie der sinkt. Ob wir hier noch von Corona nachfolgen sozusagen reden oder in welche Richtung sich das entwickelt. Wir müssen da am Ball bleiben. Wie gesagt, ich würde das Ganze nicht auf eine Nutzungszeit beschränken, weil damit tun Sie sich keinen Gefallen. Ja, das kann Ihnen Hinweis geben. Wenn Sie merken, okay, mein Sohn, meine Tochter ist irgendwie total übermüdet, den ganzen Tag nur online, ob das nur beim Spielen oder in Social Media ist und ich kriege gar nichts mehr von dem mit, dann ist es auf jeden Fall ein Punkt, wo Sie sagen sollten, da schaue ich mal hin. Worauf Sie natürlich auch achten könnten oder sollten, ist, wie ist das mit Freunden, mit Hobbys? Hat mein Kind das noch? Gibt es das noch, dass es irgendwie andere Dinge macht, neben Spielen, neben Social Media? Hat es mich schon mal oder des Öfteren schon angelogen? Sie haben gefragt, wie lange warst du gestern online? Das Kind hat gesagt, eine Stunde vielleicht höchstens und dann habe ich Hausaufgaben gemacht und nachher stellt sich raus, nee, waren drei Stunden und Hausaufgaben sind auch nicht gemacht. Was konnte noch hinzukommen? Na, dass mein Kind quasi die ganze Zeit von nichts anderem mehr erzählt. Ich bin, ist die ganze Zeit nur irgendwie dabei zu schauen, wann kann ich das nächste Mal, wann darf ich endlich mal wieder ans Handy und so weiter und so fort. Also so gedankliches Eingenommensein, so nennt man das im Fachgebrauch sozusagen. Und im schlimmsten Fall sozusagen kann es auch dazu kommen, dass Ihr Kind dann irgendwann, oder nicht nur die Kinder, aber auch Erwachsene würde es genauso darauf zutreffen, dass es denen egal wird, wenn negative Konsequenzen tun. Also Sie sagen jetzt oder Sie wissen jetzt, ich müsste eigentlich für die Klausur morgen lernen oder mich vorbereiten und so weiter und so fort. Ich mache das aber nicht, sondern so wichtig ist das in Mathe ja nicht. Ich will doch sowieso Streamer werden oder Pro-Gamer oder was auch immer. Deswegen fokussiere ich mich jetzt hier auf mein Medienthema, auf mein Spiel, auf mein Social Media. Und wenn Sie sowas merken, über einen längeren Zeitraum immer wieder beobachten, dann nutzen Sie gerne die Angebote unserer Beratungsstellen, weil alle unsere Beratungsstellen in MV können Ihnen da zur Rede und Antwort stehen. Das ist anonym, das ist ohne Krankenkassenkarte und das ist auch kostenfrei. Das können Sie auch telefonisch machen. Ich weiß, es ist immer so eine Hemmschwelle zu sagen, wenn ich eine Beratungsstelle, wenn mein Nachbar das sieht, die denken, ich habe ein Alkoholproblem oder was auch immer, rufen Sie an. Oder Sie können auch in jeden anderen Landkreis fahren und dort in die Beratungsstelle gehen. Gibt es auch die Möglichkeit. Und die sind für Sie dann ansprechbar. Wenn du mehr über einen sicheren Umgang im Netz für dich und deine Familie lernen möchtest, schaue auf TIDIS YouTube-Kanal vorbei oder unter www.digitale-vorbilder.eu. Das Projekt Digitale Vorbilder ist ein Gemeinschaftsprojekt der Datenschutzaufsichtsbehörden aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. In Kooperation mit dem Medienpartner TIDIS und gefördert von der Europäischen Union.